Der Exzesselevator ist gebrochen. Und jetzt sind wir fertig. Geh weg. Geh weg. Du gehst nicht hier. Was ist mit ihm falsch. Komm schon. Schauen wir uns um. Bezüglich. Das gefällt mir nicht. Beschütz mich, Gareth. Wo ist er jetzt? Stranger und Stranger. Wir müssen diesen Elevator fixen. Repair Terminal aktiviert. Ich setze den Dron um den Elevator zu reparieren. Aber wir müssen mit ihm bleiben. Das ist praktisch. Repair ist initiiert. Garneau. Alex. Aber hier. Rechts oder geradeaus. Das ist ein Restriktet-Area. Personnel ID-Nummer ist notwendig. Ich habe das. Access denied. Was? Aber wenigstens können wir das hacken. Kannst mich nicht aufhalten. Ja, ich habe das Gefühl. TGS Mineral Works hat ein Blick auf die Zukunft. Das war eine kurze Tour. Wow, du wirst... Du hast einen Job und das kriegst du nicht hin. Woher weißt du meinen Rang? Soviel ich weiß jetzt noch auf dieser Panzerung keine Rang-Abzeichen. Gareth, danke. Ja. Gut. Gareth, das System ist off-line. Dieses Message wurde nicht mitgebracht. Bryson, das Garnow. Ich habe einmal zu gehen und ich muss, dass du mich beten willst. Ich habe noch einen von diesen Artifakt hier gefunden. Er ist mehr wichtig als wir haben. Es ist in den Mines. Hier ist der Navpoint. Das ist woher ich werde. Wenn etwas passiert, ich habe einen Passcode, den wir zusammenhacken. Das wird irgendein Terminal von Sicherheit. Dann tun wir das. Access granted. A ship dropped him off a week ago. It looks like he had full access at one point, before going into hiding. Sie sind in der Mineral Lab, ein Low-Security, All-Access-Area. Die Medbay ist auf die Anwärtscheidung mit Aktiv-Patienten-File-Number. Ich habe das File-Number. Wir gehen jetzt an Garnot. Das ist auch nicht normal. Ist das Garneau? Wenn es ist, dann sind wir ein langer Weg für nichts. Wenn Sie suchen, dann finden Sie ihn. Ich bin Dr. Garneau. Ich bin Commander Shepard von der Allianz. Alles klar? Ja. Nur, dass ich hier drin bin. Was ist passiert? Ich habe meine Forschung gemacht. Bis zum Beispiel der Inzidenz. Sie haben dich attackiert. Das ist wahr. Aber außerhalb von meiner Verabschiedung, ich bin gut. Brysons Forschung hat mich zu dir gebracht. Bryson hat dich hattet? Er ist tot, Doktor. Er ist tot. Er ist tot. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe mich alles, was du auf den Leviathan hast. Bryson hat sich gedacht, dass es ein Reeper hat. Es ist ein Myth. Ein Dead End. Aber was über das Artifakt, du in deinem Message hast? Ich habe? Nein. Ja, Doktor. Du hast es. Aber jetzt haben wir die Reeper forces attackiert. Ich brauche dich ab. Wir holen die Artifakt und gehen. Reapers. Die Dunkelheit muss nicht verletzt werden. Die Dunkelheit? Warum ich mich pursue? Doktor? Leave die Artifakt. Du wirst nicht nehmen, was ich ist. Ich glaube, wir sprechen nicht mit Garneau. Du. Du. Du hast ein Reeper. Ich brauche deine Hilfe. Du bist ein Geist. Du bist ein Geist. Du bist ein Geist. Wtf? Du bist ein Geist. Du hast ein Geist. Du bist ein Geist. Du bist ein Geist. Du bist ein Geist. Wir brauchen den Artifakt zu erinnern. Wir brauchen das Artifakt bevor er kann. Garneau hat uns eine Radzahl zum Artifakt. Derartifakt war uns einen fix. Das Artifakt ist auf meine登atung. Wir haben den Abnebensternen. looks like we're not the only ones headed that way of course wherever we are always expect an 80% chance oh it's in here okay So. Ach da. Kann ich da hinshargen? Nein, kann ich nicht. Ach, auf die Distanz kannst du immer noch nicht chargen. Na komm, zeig dich. Ach, ihr auch noch? Ach. Ach. Ach, das war effektiv. Ja, so weit war ich schon. Ach, ihr müsstet unbedingt das Objective aus dem Multiplayer auch noch hier reinportieren, ne? So. Okay. Ach. 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 Was? Ja, ist ja gut. Da war nur ein Ravager... Gott verdammt, Shepard. Das liegt einfach hier rum. Ja, ist ja gut. Das Ding kann despawnen. Das Ding kann despawnen. Das Ding kann despawnen. Es ist so, wie in Bryson's office. Move! Ich habe einen Schuss! Turn back! Darnault! Dammit. Schephard, du musst es sehen. Was hast du? Das war Garneau. Das war. Und es sieht aus, dass er ein paar Jahre alt ist. So, Leviathan kann einen Bryson getötet, kann er über diese Kolonie, und kann sie als Puppets benutzen. Huh. Anything else useful? Encrypted data und ein Personal Log mit 8 Missed Calls von Dr. Anne Bryson. Anne Bryson? Who... Who are you? What are you doing here? I'm Commander Shepard. Are you all right? I think so. I feel like... I feel strange, but... All right. Was ist dir passiert? Can you tell me anything about what happened to you? Not really. I... I remember... It just seemed cold. I remember a feeling... Cold and dark. If dark was a feeling, that's exactly what I felt. Do you recognize this man? I've never seen him before in my life. Someone here killed him. Someone here? How is that possible? I'm so sorry. That artifact. Do you know where it came from? It came out of the mine. Right. Head office was supposed to send someone. That's about all I can... Cortez, what's your situation? Can you bring the shuttle? Affirmative. Strangest thing. Couple of minutes ago, the Reaper forces broke off and left. Reaper. What's a Reaper? What year do you think this is? 2176. 2176 was ten years ago. What? Let's arrange for these people to be evacuated into temporary quarantine. If these people have been out of it for that long, they are in for a shock. So, not only can Leviathan take down a Reaper, but it can indoctrinate people too. Do you think it actually is a Reaper? If it is a Reaper, then I want to know what it's up to. How long has it been out here, and more importantly, why? Edie, did we get anything from Gardo's notes? Yes. They suggest that Gardo created a way to block the artifact's mind-affecting properties. The artifact seems to be the key. Agreed. When I head back to Bryson's office, I want you there. Yes, Commander. I want to know just what the hell these artifacts really are, and what they can do. Whatever they are, they're too dangerous to have around. And we've got one sitting right in the middle of the Citadel. Moment, gibt's hier noch was? Hallo? Ist hier irgendwas? Wow. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Ding hat sich repariert Das ging schnell dieses Mal Das Fakt ist definitiv inaktiv und ungefährlich Ich empfehle es, die Referenzdecken hier zu behalten Wir sollten alle in deiner Nähe bleiben Auf lange Sicht ist es vielleicht nützlicher als Leviathan, so rum Es ist inaktiv, aber bestimmt nützlicher Wir testen das Artefakt für Energieemissionen Und haben nichts gefunden Aber trotzdem, ich empfehle es, schildern Ernsthaft, Leviathan Wer auch immer du bist Gib dir ein bisschen Mühe Ist da was? Nee Edi, was project was Garneau working on When he found the Artefakt